Erstmal das Erkennen des Ganzen und dann, wie du gesagt hast, natürlich, also wie immer, davon sind wir ja immer ein großer Fan, einfach mal einen sinnvollen Rahmen setzen und dann in dem Rahmen dir selber das sozusagen zurechtzulegen, womit du arbeiten kannst. Und da finde ich das Beispiel eben auch super zu sagen, okay, man nimmt sich zum Beispiel für eine bestimmte Ebene, dann nimmt man sich halt diese 24 Stunden, indem man irgendwas macht oder nicht macht. Oder nimmt dann die 7-Tage-Blöcke, damit man quasi nochmal evaluiert und schaut, wie was passiert ist. Aber wie gesagt, ja, dieser Rahmen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man den, also wieder, man muss halt erkennen, dass es irgendwas gibt und dann muss man den Rahmen mal drüber setzen und sich dann in dem Rahmen zurechtfinden. Also ich glaube, auch da haben wir ja schon oft gesprochen, dass ja, also wir sind ja jetzt nicht bei den Dingen der Meinung, dass man einen Rahmen setzt und dann musst du bis zum Ende deines Lebens, es gibt nur den einen Rahmen und du kannst dort nie wieder raus und du musst dich einfach in dem quasi zurechtfinden. Das ist ja auch ein Blödsinn. Also die Idee ist ja genau durch dieses ständige Reflektieren und dass du deine Prozesse, den Status evaluierst und dann nochmal weiterdenkst, ist ja genau die Idee, das Schöne, dass du dich kontinuierlich bewegen kannst, sage ich jetzt mal. Und das kann ja auch heißen, dass ich den Rahmen sehr groß setze und der dann kleiner wird mit der Zeit oder ich muss den Rahmen anders ausrichten, wenn ich merke, dass irgendwas nicht passt. Aber ich glaube, das ist schon mal so ein wesentlicher Punkt, der ganz oft fehlt. Nämlich, es ist ein kontinuierliches Evaluieren. Es wird nicht einfach so mit dem ersten Versuch passen. Und ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen Dingen, und da haben wir, glaube ich, vielleicht am Anfang den ersten zwei Folgen mal irgendwie kurz drüber gesprochen, dass natürlich gerade in diesen Produktivitätsfragen oder alles, was so mit Management und Selbstmanagement und wie auch immer und auch mit Leadership natürlich zu tun hat, ist, dass man immer oder nicht immer, aber in ganz, ganz vielen Fällen erwartet man eine Lösung, die für alle Situationen sofort passt. Und die eine Lösung wird immer in jeder Situation überall passen. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist unrealistisch. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, das ist die erste Hürde, die man nehmen muss, dass man einfach versteht, dass es nicht die eine Rezeptur gibt, die auf alles sofort funktioniert, sondern der Punkt ist, man muss ständig, kontinuierlich dranbleiben. Vielen Dank. Danke. Bye.